Ich habe nicht schlecht geschaut, als ich Ende 2017 auf Bild.de gegangen bin und dort 104 Gesichter von mutmaßlichen Verbrechern mir entgegenstrahlten mit der Überschrift 104 Gesichter, Polizei jagt diese G20-Verbrecher. Es ging also um mutmaßliche Täter der G20-Ausschreitungen in Hamburg. Doch, durfte die Bild-Zeitung das? Durfte die Polizei diese Fotos an die Öffentlichkeit geben? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger & Solmecke. Und vor einiger Zeit haben wir schon mal ein Video zum G20-Gipfel gemacht und die Frage geklärt, durfte die Bild-Zeitung ohne weiteres Fotos online stellen, die von keiner Stelle öffentlich verifiziert worden sind. Und wir sind zum Entschluss gekommen und G20-Täter gezeigt haben, wir sind zum Entschluss gekommen, nee, das durfte die Bild damals nicht. Jetzt sieht die Sachlage etwas anders aus. Die Polizei in Hamburg, genauer genommen die Soko Schwarzer Block, die bittet jetzt um Mithilfe und hat auf der Polizeiseite selbst 104 Fotos veröffentlicht von möglichen Tätern. Und das hat offenbar die Bild-Zeitung zum Anlass genommen und von der Polizeiseite, oder wie auch immer, klar ist das nicht, die ganzen Fotos genommen und auf bild.de abgedruckt oder veröffentlicht nochmal. Da ist die Vorfrage, ob die Bild-Zeitung das durfte. Die Polizei äußert sich nicht dazu, wie die Bild an die Bilder gekommen ist. Bei einer Sendung wie ZDF Aktenzeichen XY übergibt die Polizei Fahndungsfotos den Medien. Ob das hier passiert, ist es unklar. Jedenfalls hat nur die Bild all die Fotos abgedruckt. Viel spannender finde ich aber die Vorfrage, durfte überhaupt die Polizei 104 Fotos ohne weiteres so ins Internet stellen? Das ist seit den RAF-Attentaten sicherlich die größte öffentliche Fahndungsaktion, die es in Deutschland jemals in dieser Form gegeben hat. Und wenn man zur öffentlichen Fahndung aufrufen will, dann gibt es dazu einen Paragrafen in der Strafprozessordnung, nämlich den Paragrafen 131a Strafprozessordnung. Und der sagt, wenn wir Straftaten haben von erheblicher Bedeutung und die Menschen, nach denen man fahnden möchte, dringend tatverdächtig sind und die Aufenthaltsermittlung nicht anders möglich ist, dann ist eine Öffentlichkeitsfahndung möglich, sofern es einen richterlichen Beschluss gab. Sprich, diese Öffentlichkeitsfahndung, die ist immer Ultima Ratio. Warum ist die Ultima Ratio? Naja, weil es immer sein kann, dass nach jemandem gefahndet wird, der sich nachher eben nicht als Täter rausstellt und dann ist es verdammt schwierig, das Stigma des G20-Täters wieder wegzubekommen. Insofern noch schwieriger, wenn die Bildzeit und die Dinger abgedruckt hat. Die haben nämlich schon drüber geschrieben, wer ist diese Krawall-Barbie? Und die Leute wurden alle pauschal als Verbrecher schon bezeichnet, sodass da eine Vorverurteilung diesmal schon klar stattgefunden hat. Die Frage ist, ob überhaupt dieser richterliche Beschluss hätte ergehen können. Die Richter in Hamburg haben gesagt, naja, wir haben sehr sorgfältig jedes einzelne Foto geprüft. Und es geht hier um Straftaten von erheblicher Bedeutung. Teilweise ging es allerdings nur um Leute, die auch an einem Diebstahl teilgenommen haben im Rahmen der Plünderung. Und da ist dann die Frage, inwiefern kann das schon von erheblicher Bedeutung sein? Wenn mehrere Menschen zusammenplündern, klar, erhöht sich da auch wieder die Straferwartung, sodass man dann wieder sagen kann, ja, es ist erhebliche Bedeutung, aber weit entfernt von den RAF-Morden, bei denen zuletzt so eine große Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst worden ist. Ich bin der Meinung, diese Öffentlichkeitsfahndung wird noch die Gerichte beschäftigen und ob die Polizei überhaupt in so einem großen Stil fahnden durfte. Ich bin auch sehr gespannt, was das Ganze gebracht hat. Das werden die nächsten Monate bringen, wenn das Ganze ausgewertet worden ist. Bei der Bild-Zeitung sieht es jetzt so aus, dass jedenfalls die Vorverurteilung dazu führen kann, dass die Bild-Zeitung möglicherweise eine Rüge des Presserats hier reingedrückt bekommt. Denn diese Menschen alle pauschal als Verbrecher zu verurteilen, ohne zu wissen, was das eigentlich für Leute sind, das funktioniert nicht. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Ausschreitungen nicht verurteile. Die Massivität, mit der hier nach den Menschen gefahndet wird, ist allerdings einmalig, bemerkenswert und berichtenswert. Ich bin der Meinung, dass jeder Einzelne, der da auf dem Foto zu sehen ist, sich zumindest dagegen wehren kann, wenn er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Fakt ist natürlich auch, dass die wahren Täter jetzt kaum bei der Polizei sich wehren werden, da anrufen werden und sagen, hey, ich bin's, aber ich habe doch gar nicht so eine schlimme Straftat gemacht, nehmt mal mein Bild runter, weil dann hat die Polizei ja den Fahndungserfolg auch. Sprich, in der Summe wird es für die Polizei schon zu einem Erfolg führen. Bleibt noch abschließend die Frage zu klären, dürft ihr denn jetzt die Fotos, die die Polizei irgendwo ins Internet gestellt hat, teilen? Ich meine, ja, wenn die Polizei diese Bilder auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat, das wird die Polizei aber in aller Regel nicht tun, weil man bei Facebook kaum Bilder zurückrufen kann. Es ist also ratsam, den Link zur Webseite der Polizei nur zu teilen. Da kann sich dann jeder ein Bild machen und schauen, ob er den einen oder anderen kennt und ob er den verpetzen will oder nicht. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, so ohne weiteres geht so eine breite Öffentlichkeitsfahndung auf keinen Fall. Das ist sicherlich das Größte, was wir an Öffentlichkeitsfahndung hier seit Jahrzehnten in Deutschland erlebt haben. Und wir werden natürlich darüber berichten, wie die Sache hier ausgegangen ist, also ob die Polizei das durfte oder nicht und welche Erfolge die Polizei damit erzielen konnte. Und das gibt mir Gelegenheit, unser neues Community-Tab hier nochmal aufzurufen. Stimmt ab. Fandet ihr in Ordnung, dass die GAY-20-Verbrecher so massiv verfolgt werden? Und sollen die einfach mal, sollen wir da mal so einen pauschalen Rundschlag machen? Alle Fotos, die der Polizei vorlagen, dann eben veröffentlichen? Dann gebt in der Abstimmung da entsprechend den Daumen. Über den Community-Tab könnt ihr das machen. Oder sagt ihr, nee, das geht nicht, hier muss sorgfältiger gearbeitet werden. Solche massiven Öffentlichkeitsfahndungen sind nicht möglich. Also jetzt zum Community-Tab umswitchen, abstimmen. Ich bin auf eure Abstimmung gespannt und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Denn was die Polizei hier rauskriegt, werde ich hier wieder berichten. Also gebt uns gerne ein Abo und dann wisst ihr schon bald, wie das Ganze ausgegangen ist. Jetzt erst mal ab zum Community-Tab. Tschüss und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.